Hallo ihr Lieben, hier ist Chris Heimschmeyer, Vater Rapport, beziehungsweise Goldschwein Hamburg und in Berlin, auch jetzt im Winzviertel zu erreichen, persönlich ist mein Videoblog rund um die Themen der Dimension Liebe, ab heute bis Sonntag gibt es den Code BOOT2021, schreibe ich nochmal unter dieses Video mit 12% auf BOOTCAMPS, kommen bald in Hamburg und Berlin auf Kurspakete, macht vielleicht auch Sinn, weil ja bald die Selbstliebe-Challenge auch losgeht wieder und auf Sessions bei mir. Ja, packe ich alles hier drunter, beziehungsweise oben drüber und heute haben wir die oft gewünschte Video, was ist denn das Gute an Bindungsangst, Bindungsvermeidung oder wie auch immer man das nennt. Ja, also da konnte man jetzt ganze Bücher drüber schreiben, aber ich versuche es mal grob zusammenzufassen. Bindungsangst ist halt nicht nur, ähnlich wie Verlustangst, ein Abwehrmechanismus. Verlustangst, das nochmal außen vor, aber gut, konzentrieren wir uns mal auf Bindungsangst. Also Bindungsangst ist nicht nur ein Abwehrmechanismus, um weitere Schmerzen, die man vielleicht in der Kindheit, bestimmte Programme, die man in der Kindheit aufgebaut hat, um die irgendwie aufrechtzuerhalten und in bestimmte Situationen nicht reinzukommen, sondern es ist auch ein, zu einem Prozentsatz auch ein ganz normaler Prozess, der dafür sorgt, dass wir, ja, unsere Feiert nicht verlieren so, weil ich sage immer wieder, das ist alles relativ. Also wenn ich jetzt mit jemandem in eine Beziehung gehe, der sagt, du darfst jetzt nicht mehr aus dem Haus und du darfst nie wieder mit irgendjemand anders Menschen reden und du darfst nur mich angucken und du musst mir jeden Tag 20 Mal sagen, ich liebe dich, ja, da wird wahrscheinlich jeder Bindungsangst kriegen, als einen ganz gesunden Prozess, wo man sagt, nee, ich will meine Freiheit nicht verlieren, so, ne, also nicht dieses Ausmaß an Freiheit. Freiheit. Ich denke mir, je mehr wir uns Richtung, ja, wie auch immer man das nennt, wir uns hier entwickeln, vielleicht Richtung 5D entwickeln, aber dazu ein anderer Mal mehr, wird das mit der Freiheit sich nochmal ganz anders regeln, werden sich auch Beziehungen wahrscheinlich nochmal anders, ja, anders darstellen oder Optionen geben, aber gut, das ist ein anderes Thema, aber, ja, so wie wir jetzt hier stehen, geht es eben darum, Freiheiten wollen halt, also das ist ein Kompromiss irgendwo auch, ne, also Beziehungen zwischen, ja, ich, weiß ich nicht, mach halt, also bin irgendwo loyal und wir haben hier sozusagen Agreement, daran halte ich mich und, ja, was man ja auch immer wieder besprechen kann und, ja, und ansonsten, ja, natürlich darf eine Beziehung viele Freiheiten beinhalten und wenn das aber nicht gut funktioniert, wenn einer typischerweise total verlustängstlich ist, total klammerig ist, so viel Angst hat, dass er meint, er müsste den anderen oder auch, das sind ja auch immer so Selbstwertthemen, sich so schlecht fühlen, dass er meint, er müsste den anderen, ähm, Selbstwertthemen, die wir alle mehr oder weniger haben, er müsste den anderen unbedingt eingrenzen, einschränken, äh, vom Leben fernhalten, äh, was natürlich aus tausend Gründen keine gute Idee ist, aber, äh, das auch, dass da an anderer Stelle mal mehr zu, oder gibt es auch schon Videos zu, ähm, ja, ja, also wenn ich das meine, natürlich gibt es da irgendwo einen Punkt, wo es dann im Gegenüber auch, wo man auch Widerstand hervorruft, äh, den man, ja, auch Bindungs-, vielleicht wenn man so flapsig Bindungsangst nennt, aber es ist einfach, ja, also einfach, dass jemand sagt, ja, nee, das, äh, passt nicht zu meinen Standards hier so, ne, dass wir uns hier so gegenseitig, äh, ausnocken mit tausend Vorschriften und ich weiß nicht was, ähm, und, äh, wo ist der feine Grat, wo es irgendwie toxisch wird, ja, das ist der schmale Grat zwischen, ich bin total authentisch und sage, so, das geht mir jetzt zu weit, das möchte ich nicht, äh, dass mir jetzt zu viel Einschränkung, wer so ist, ich denke mir das nur und mache, äh, hintenrum, äh, lasse ich die Sau raus, äh, also ich sage sozusagen nach vorn, ja, ist natürlich alles wunderbar, unsere, so, klar und, äh, herrlich, äh, und, was weiß ich, gehe raus und, äh, lasse heimlich die Sau raus, jetzt mal so im Extremfall, äh, das ist so, dann, wo es halt toxisch wird, aber das sage ich immer wieder, in x Videos, wenn jemand ganz authentisch, äh, sagt, hier sind meine Grenzen, ich mag nicht so viel Nähe, äh, ich mag auch gerne viel Freiheiten in einer Beziehung, ähm, ja, das kommuniziert, dann kommuniziert er einfach seine Standards, das ist nicht toxisch, ne, das ist vielleicht, äh, wenn sich jemand drauf einlässt, der sich nicht drauf einlassen sollte, weil er ganz andere Wünsche hat, dann wird es vielleicht toxisch, aber dann, ähm, ja, kann man es nicht dem zuschreiben, der gesagt hat, ich, ähm, wollte das am Anfang an nicht, so, ne, ähm, aber gut, äh, meistens kommunizieren da ja auch beide Anteile manchmal nicht ganz klar oder manchmal sind auch beide Anteile nicht ganz authentisch, aber gut, auch das ist ein anderes Thema, aber klar ist es, ähm, völlig legitim zu sagen, was man will und was man nicht will und wie viel, welches Grad an Intimität mal haben möchte oder auch nicht, ne, ob das jetzt, äh, ob ich das jetzt sage, weil ich eine schwierige Kindheit hatte und ich sage es auch noch ganz authentisch und da, wo ich jetzt stehe, möchte ich es einfach nicht oder ob ich das einfach so sage, das ist mein Recht, ne, ähm, also insofern, ja, hat es auch, äh, positive Aspekte oder hat es auch einen Sinn, dieses Verhalten so, wenn es halt nicht ins, ähm, ja, ins Toxische kippt, wo man alles durcheinander geht und man das eine vorgibt und das andere lebt und ich weiß nicht was, ähm, und dann ist es ja auch noch so, ja, gut, das hatte ich jetzt eigentlich schon gesagt, dass es eben, ja, vielleicht verschiedene Vorstellungen gibt von Beziehungen, die dann ausgehandelt werden müssen und wobei vielleicht der eine den anderen als verlustsängstlich erlebt und der andere den anderen als bindungsängstlich, aber so auch in normalen Beziehungen, äh, also normalen Anführungsstrichen, ich habe da ja so einen Zahlenbalken, ähm, findet ihr Modul 1, diese, also wo ist die Grenze, wo kann man so ungefähr eine Grenze legen, wann wird es toxisch, wann ist es noch einigermaßen normal, auch in einigermaßen normalen Beziehungen, äh, äh, ja, darf man, ähm, kommunizieren oder ist es so, dass nicht jeder mal das Gleiche will, äh, was Nähe und Distanz angeht und da muss man das eben versuchen zu kommunizieren, äh, das ist also in gesünderen Beziehungen ist einfach Kommunikation, äh, das absolut Wichtigste und dann muss man halt gucken, wie kommt man da überein, so, ne, das ist Standardgeschäft in Beziehungen oder auch in Paartherapie und, ähm, ja, das ist eben kein statischer Prozess, sondern Beziehungen, es kann sich auch ändern und ich weiß nicht was, ähm, also, das Wichtigste ist immer rauszufinden, wie man wirklich tickt und dann zu versuchen, das klar an den Partner zu kommunizieren und dann auch so gute Wahl getroffen zu haben, dass der Partner das auch ungefähr weiß, wo er steht und er das auch klar kommuniziert, dann ist man schon mal auf einem ziemlich guten Feld, würde ich sagen, so. Ja, äh, schaut doch gerne mal auf meinem Privatkanal, äh, vorbei, das ist gerade einfach so ein spannendes Labor da, ich weiß, es ist Trash-TV, äh, Love Island, kommentiere ich ja da, aber ich, äh, es ist einfach total interessant, auch in so einer Laborsituation, wie sich da Sachen ergeben, die wir vielleicht teilweise auch hier besprechen, ist, äh, hochgreif spannend, aber, ja, wie auch immer. In diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.